Wen darf ich heute begrüßen? Marlene, Yuki. Wenn ich dich sehe, Yuu, und auch noch begrüßen soll, würde ich am liebsten auf der Stelle kündigen. Was? Hi, hi, hi. Xenny Barry von Yuki. Wohin geht's heute, Mädels? Das ist ein Workshop. Marlene, Dimmi, die Sängerin. Danke. Erste Workshop. Dimmi wird live bei der Session dabei sein, sie wird singen. Let's go. Wir werden jetzt sehen, wie das Studio aussieht. Hallo. Hallo. Wir sind jetzt angekommen. Haben alle kennengelernt. Warten noch auf ein paar Leute. Da ist schon mal die A-Briton push. One Apple a day, and you die anyway. Der Workshop geht um 2 Uhr los. Einfach live. Und zwar haben wir, freundlicherweise, von Audio-Technikern. Wohin? Was? 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 Was?